Innovativer Bergstoff Karbonrohre Schnellteleskopierung Sicherheit Dynamisch Funktionaler Rebound Perfekte Bodenhaftung Meist zwei Hände am Stock, entfalten seine Dynamik und damit ungeahnte Kräfte. Willkommene und effektive Beteiligung des Oberkörpers Willkommene und effektive Entlastung des Unterkörpers, insbesondere des Knies Sicherheit in jeder Situation Innovation aus Tradition Die Vorfahren lagen nicht falsch, wenn sie sich mit einem mannshohen Holzstock das Fortbewegen am Berg erleichterten. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020